Es hat zwar stark Regen, aber diesen Humor kann ich mir nicht entgehen lassen. Wenn man mal auf die Straße schaut, es regnet wirklich stark. Das ist mein Regenschirm. Also wir gehen jetzt zur Go-Kart-Bahn. Die soll sich genau auch in diese Richtung befinden. Hier im Hintergrund könnt ihr schon die Kart-Bahnen sehen. Und hier fährt auch schon einer. Das ist die Kart-Bahn in Antingen. Ja, ich höre euch noch über die Ticketpreise. Und die Öffnungszeiten habt ihr ja schon von mir gesehen. Bei der Ticketpreise informieren. Und ich habe doch tatsächlich, glaube ich, den Haupteingang zur Kirche gefunden. Schauen wir mal, ob es offen ist. Und betreten die Kirche. Es scheint, wie le Kommadi, der Bühre ist. Untertitelung des ZDF, 2020